An welcher Fallschirmflüge noch Ostmabbel und somit kommt dann nicht mehr an. Hast du immer waschen dort getanzt oder was? Also hier hinstellen. Bitte? Also hier hinstellen. Ja. Und da musst du einmal in Correl Castle landen und dort einmal tanzen. Dann hast du den niedrigsten Punkt. Ne, ich hab die Aufgabe. Ja, ne, ich schau's aber fast mit Sabrina. Sabrina? Ja. Ich glaub, Sabrina ist müde. Nein. Ja. 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 Da dürfte gleich noch ein Geist kommen. Ja. 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 Es hat jemand gebaut. Schauten. Oh, der war lecker. Oh, der war lecker, der war lecker, der war lecker. Oh, der war lecker, der war lecker, der war lecker. Oh, der war lecker, 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 der war lecker. Was ist los, Sven? Ich höre das, ja, naja. Was? Oh Gott, die Geist da, die geben uns auf uns an. Oh Gott, die Geist da. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Geist da nehme ich doch gerne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Das ist das einzigste Bruder an den Geistern. Guck mal Anna, erstmal noch hier die Kokosnüsse. Kokosnüsse? Geschreckt hab ich meine Waffe liegen gelassen, weil ich Kokosnüsse essen muss. Mach doch nix. Esst du selber Kokosnüsse? Ich bin full. Schön. Wirklich? 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 Ja. Kokosnüsse sind ganz schlimm, aber eher stehen die Wassermelone? Was ist denn los? Ich dachte schon, dass ich wieder stehe! Okay, du lässt aber gerade in die falsche Richtung. Ach. Da ist ein dicker, jetzt habe ich auch eine blaue Angel. Oh, na, lach mir nicht so weit vor, bitte. Auf dem Berg ist es gebohrt worden, aber das war ein Boot. Irgendwo wird doch geschossen. Oh. 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 Das war's. 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 Anna, den kannst du essen. Mhm. Mhm. Das hab ich. Das war's. 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 Anna? Ja. Hm. Jetzt wieder arena. Mhm. Boah, jetzt nehmen wir noch Munition damit. Du willst mich anleihen. Hä? Na, ich hab nur 17 Pumpshots. Naja, komm mal her. Du willst mich anleihen. Hm. Kommt, du kannst auf die Situation hoch und dann würd ich das tun, ja. Hm. Oh, da ist situationsbedingt. So, ich dachte, weil ich jetzt weggerannt bin. Ähm, das Spiel muss man dich auf jeden Fall anleihen. Definitiv. Ähm, das Spiel muss man dich auf jeden Fall anleihen. Brauchst du jetzt noch Munition oder Metz? Ne, ich hab alles. Okay. Oh. Oh. Also braucht ihr was? Nein, nein. Ich hab gerade lange. Nein, alles gut. Hm. Oh, ich brauch hier's noch Gegner. Ja. Hier bei mir. Nein, ich hab noch rein. Hier bei mir das Wasser immer noch ein Weck. Also, ich hab gerne. Du hast ihn schon mal. Du bist nicht. Du bist einen Teil des Films. Du bist nicht nur das. Das war der Schutz, wir bleiben erstmal hier. Oh, ich bin zurück. Oh, ich bin zurück oben. Tja, ich bin wieder auf. Halt der Schildringo? Warte. Nee. Und jetzt brauchst du was? Oh ja, kommt her. Das hat ne. Geil. Ich hab hier noch einen. Da kommt der Geist, pass auf. Ich mach. Oh. 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 Oh, der wird es geil, ey. Oh, ich geh das nicht. Krass, ey. Das ist echt scheiße, wenn du in der Zone bist, du hast die Arschkarte gezogen. Ja, Mann, das ist gut, die Gegner müssen alle geilste Bärscht hochkommen. Äh, hinter uns? Oh Quach! Nein! Was ist los? Was hast du doch? Hm? Ist jetzt in den Rift rein? Oh ja! Ja, lieber. Oh! Jetzt wird es aber langsam durchscht, hier. Konzentrier dich. Oh, das fällt mir immer schwerer. Ein Geister noch und sechs Gegner, okay. Okay, alles klar. Oh, drei Gegner. Ja, sonst musst du mitrechnen. Wird sein auch zu den Leben sein. Oh, okay. Steh mir nicht. Oh, okay. Ich nehm auch. Nein. Das ist aber auch ein Geister. Es wird noch ein Geister. Nein. Nein. Oh, ich weiß nicht. Ja, dann komm hoch. Oh, jetzt hab ich schon ausgespürt. Nicht schlimm. Ich kann schon wieder die Geräte von den Gästen, oder? Ja, und haben wir das auch noch. Ok, jetzt sind sie noch Gegner. Aber noch jemand Minis? Nein. Nein. Da sind sie. Die werden, wenn die drei Gegner tot sind, kommt die auch als Geister zurück. Das ist gut. Minis, 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 ja wohl Yes Na, also Endlich Lama, Katarpa, zweimal schwarzes Lama 22 kills, jawohl Nice, Ding